okay gut na dann was machen die typen da ich mit ihnen reden auch wenn das zeit kostet warst du schon mal auf dem place russ ist das jetzt schon jetzt ist das event jetzt habe ich nicht aufgepasst leute jetzt ist jetzt beginnt das team flair erwähnt na so ist es ist es dass da wo ist das noch mal sagst mir weiß ich nicht wie du weißt es nicht große du hast du aufgepasst oder nicht als ob ich aufpasse große hast du mich jetzt nicht in stich wieso so nicht im stich lassen du bist ein rivale ja genau du kannst doch nicht deinen rivalen in stich lassen cozy ist das so ich nehme ein bisschen knox mit auch wenn der levitrati ist legen wir kurz du kannst fliegen übrigens ja dann ist das eingefallen ich habe es tatsächlich verschweigen wollen ja kurse habe ich mir gedacht gut dass ich aufgepasst aber tschüss sonst hätte ich jetzt wieder vorsprung ist es pro kristianer bei innenraum ja okay was du sagst dann wird es dir glauben kurse ich habe nicht gehört was du gesagt das muss ich dazu sagen innenraum ich meine halt innen innen da genau okay ja ja genau danke kose auf einen großen platz hat ja gut danke kose ein ding an die ich bin auch immer für dich da ja will ich hoffen dass du für mich da bist aber wo bin ich jetzt das jahr ist das muss bläst los sein oder ja aha kann ich einfach rein gehen was macht kose da okay oder kose zugucken nein ich war da nicht kose zu gucken so einfach so mit mit kose ein paar mit kose mitmache kose carry kose carry kose carry kose carry kose carry kose so gut an taubsee ist weg da habe ich da habe ich das easy ding das nachspiel haben ja das wäre echt bei mir sie sind öffnet ich ja das soll ich auf jeden fall glauben glauben ich muss sowieso kämpfen also ich kann eigentlich oder der den moment mal ich habe auch nicht mehr ist der stein hagel sehr effektiv ich glaube ich sage immer ja zu den fragen ja ja groß ist das ist sogar sehr effektiv aber es haut rein jetzt sofort ok ich war auch überrascht an die ich habe keine ahnung was ich nicht für ein typ ist bestimmt normal psycho oder irgendwas was war wirklich das aber öffnet ich hätte ich dann einen glauben soll egal ich brauchte xp du kämpfst schon gegen alle kohse kohse was hat er für poko für wir ein viktini anscheinend ok das ist echt um das ist doch nicht so stark oder weiß ich nicht glaube ich das war nicht effektiv sagen wir so ok leute vier punkte hat der typ da ein ball guras so jetzt das da hier war der mal das war doch war das gestein ich brauche stehen ja da war das doch keine gute idee ja der ist gestein aber trotzdem bei jetzt wird bei ihnen der herr auch ja und noch liege ich bisschen vorne aber wir sind gerade das ist halt leider sehr schnell das ist echt knapp muss man dazu sagen ja das ist richtig viel nachgesehen aber auch wir sind gerade im selben kampf dass er kann jeden moment wieder langsam voraus langsam vorausgehen genau das würde ich sagen ja hast du eigentlich schon bei das siegert gefunden kursen ja da bin ich gerade tatsächlich bin ich jetzt ernsthaft zurückgeschreckt tatsächlich lorblatt ist ein blatt pokémon oder ist das feuer war das wasser nee das war doch war es das pokémon oder weiß das pokémon was ich ja genau das da oder weiß das da ja genau das meint ich genau das ist komplett was anderes so ich dachte dass wir wechseln mit lothürzel genau er hat mir auch schon das das ist ja wasser ne lothürzel ist ja ganze was oder so in joda das ist ja 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 doch das stimmt so das ist das doch ich glaube ich habe beide haben beiden über draußen das war ein bisschen verwirrend gerade aber überall glug ist es wird immer schlimmer mit dieser welt viele leute bis jetzt ein jemand hat mein auge für schönheit ja echt was ist mit dieser sahen und schicklor und schicklor ja ist das nämlich wir ganz schön reingehauen und 49 der ja habe ich auch was drauf und ich wechseln ja ich dort sich nicht zu wechseln dann auch noch im tank vor jetzt an dem lecher brenn ich ja ich bin nächstes mal ja genau kann man ein schlaf das pokémon von einem meter so hat schon wie nur was soll das was wir warum kannst du dann nur klurak 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 sei doch nicht so schlecht dann aus aus nur zweimal aus nur zweimal aus nur zweimal nein aus bitte auf ja ich sollte vielleicht keine physische attacke machen was so warte ich bin jetzt sowieso tut man da hat er da hat er einfach mal klare act besiegt die aerodactyl und jetzt war ich folgendes leute ich weiß nicht ob das ist ein normal kopf oder so mega entwicklung kann ich noch fehl und gleich antikraft auch noch genau ja das haut ein bisschen ein ich würde nur kurz rein wo ist denn hier so ich glaube der stein kann es gut regeln scheißegal oder aus oder jetzt haben wir jetzt nicht ein doch die ein kurs du wirst du wirst du wirst es wäre ein kursi tatsächlich wäre ich das vielleicht denkt an meine worte wenn es passiert denkt daran eine zeit ist zu suchen ja wie keine zeit eine zeit ist zu suchen hast du etwa angst dass ich einhole ja schon okay ja das kann ich verstehen so gut da kriegen jetzt mal kurz zu dddd heißt doch jetzt wohnet äh kill ich das nicht mehr damit Oder will ich angreifen, Leute? Ich darf nicht skippen, ich darf nicht skippen. Ich muss kämpfen, ich muss kämpfen, Leute! Die Strohhüte, die bekommen jetzt eine Netflix-Live-Serie. Was? Das könnte krass werden, oder? Ja, ich weiß nicht. Skeptisch. Ja, okay. Gut gesagt. Ups. Don't mind me. Ich würde mich ignorieren. Zauberasche, ist das gut? Okay, dann gehen wir jetzt Pipi, oder? Das ist Zauber. Ja, können wir machen. Diese Klausel entwickelt sich. Darüber werde ich sich entwickeln laufen. Viel Spaß. Oha, okay. Kurz abgarten. Logischerweise. Ähm, 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 ich schicke euch rüber. Na? Ist Andy schon wieder da? Ich glaub nicht. ich bin da, den, den, den. Ja, so rum. Pappappappappappappappappappappappappappappappapp. Okay. Jetzt bin ich wieder da. Ich bin wieder da. Mal kurz weg. Hallo, Josee. Hallo, Andi. Wie geht's? Wie läuft's? Ganz gut. Sehr schön. Ganz gut. 53 ist, by the way, das nächste Maximum. Maximum Level. Eigentlich sogar 58, aber wenn du die Challenge machen willst, was ich vermute, dass du sie machen willst. Muss ich machen, weil ich habe keine Wahl. Dann 53. Wenn ich nichts mache, dann habe ich hier schon versagt. Also, ich meine, wenn ich... Ich hoffe, dass du es verkackst, sag mal so. Hoff doch. Ja, ich hoffe sehr. Du hast eine gute Chance, falls ich es verkacke, mit dem richtigen Pokémon reinzugehen. Weil wenn ich eins irgendwie überlevel, dann darf ich damit ja nicht rein. Ja. Boah, Leute, guckts mal. Aber ich habe keinen Mewtwo. Oha. Du hast einfach einen Mewtwo-Need bekommen. Ja. Not bad. Ich finde es schön, dass die alle Kampf-Typen haben. Sind die alle Kampf? Ja. So ziemlich. Das ist einfach die nächste Arena. Ja, aber da ist nicht da. Oh, äh. Oh, Andi ist schüchtern. Äh. Warte, das habe ich gleich. Sehr schüchtern. Ah, ich war im Nebenraum. Hoppla. Hallo. Da ist kräftig auch. Ich dachte mir ganz kurz, die Leute haben mich hier schon so angestaucht. So. Okay. Ja. Ja, ja. Ja, ja, Cosi. Warte mal. Okay. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass da jetzt die Basis jetzt oder die kleine Basis oder was auch immer. Minibasis, ja. Die Minibasis, genau. Und die erinnert mich an Team Rocket Basis auch. Ja. Das ist ganz cool. Wahrscheinlich alles ist geplant geworden. So, diesmal Schere, Leute. Schere! Obwohl bei denen ist es, glaube ich, egal, weil der ist Boden hoch. Ne? Der ist und nicht Boden. Boah, der war auch so ein krasses Pokémon. War das sehr effektiv? Das ist sehr effektiv? Das wusste ich gar nicht. Okay, Leute. Schere! Das ist gut. Achso. Ja. Wegen Unlicht, ne? Genau. Amaldo, was ist denn das da? Mhm. Ist das ein Fußballer? Was ist denn das da? Das sagt mir gar nichts, Leute. Also das... Ich glaube, das Pokémon kenne ich... Achso, das ist es. So. Aha! Da habe ich euch beiden erwischt. Nani? Huh? Nani? Huh? Hahaha. Machen wir jetzt einen Doppelkampf? Äh, Sirena, wo bist du? Sirena! Nein, Einzelkampf, okay. Kosi. sag's mir. Ich hab Fliegen eingesetzt. Ja. Oh na. Oh nein, ich lebe nicht mehr. Und als ich dann in der Luft war und den nächsten Zug angegriffen hätte, hat der Sprungfeder gemacht und ist auch in die Luft gesprungen. Ja. Einfach outplayed. Wie die Häuser einfach rumgefallen sind. Sorry, Andy. Was? Was für Häuser? Keine Häuser. Alles gut. Guck nicht auf meinen Bildschirm. Hier ist nichts Spannendes. Doch, doch, jetzt guck ich drauf. Was ist das für eine Melodie? Melodie. Der hat den Riesenmann angespürt. Achso, jetzt versteh ich's. Der Riesenmann. Andy kriegt die Lohr. Ich bekomm jetzt auch die Lohr. Krass. Die Geschichte hat sich vor lange, lange Zeit. Ja, sehr lange Zeit. Egg. Hallo. Oho, oho. Was will der Clown jetzt? Ah, der will auch noch kämpfen. Mann. Ich muss irgendwie, wenn der keine Antikkraft, Andy, wie viel Aufladung hat Antikkraft? Äh, fünf. Weil das wäre ganz gut. Weil wenn er Erdbeben spammt, habe ich halt Schmerzen. Okay. Sonne- und Feiertage, was? Ja, wie viel AP das an Sonne- und Feiertagen hat. Was? Ja, hast du dich verstanden? Ähm. Krudons Schwäche sind Kicks in die... 20. Wohin, Leute. 20? Oh, Alter! Das ist unfair. Ja. Ey, 1000. 3000. 3000, ey. So'n Krudon gibt echt viel X-P. Du, 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 du. st Du, 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 du. Schss, sch. Du, 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 du. Oh. Hab gespuckt. Ja, fünf? Was ist für eine Frage? Was? Ich weiß nicht mehr, welche Frage du meinst. Ah, ein Hut-Hut. Süß. Stimmt, ich habe schon wieder ver- Das ist Flug. Das ist Flug und... Ach, ist auch egal. jedes mal egal einfach reinhauen kursi einfach reinhauen mache ich und warten nicht vergessen warten ganz wichtig kursi ja ach so ok moment ja du musst warten ein bisschen muss ein bisschen überlegen und warten und geduldig sein und die richtige wahl treffen das ergibt sich alles bei und